Du bist die Ohrste Ahe, ich bin viel zu schnell für dich Jetzt musste ich da rüber ohne dass der Fahrstuhl zugeht F.A.L. Geht mir nicht auf die Klöten! Geht's! So, jetzt würde ich gerne wieder einen Stockweg runterfahren. Dann würde ich... Ah! Da-da-da-da-da-da-da-da! Muss ich da ganz runter? Haha. Kann ich auch... Haha! Ich spring doch nicht da runter! Blaue Kugel! Wir haben wieder ein bisschen mehr Leben bekommen! Und unser Leben füllt sich auch gleich mal zeitig automatisch auf. So. Äh... Könnte der Fahrstuhl jetzt wieder kommen? Oder muss ich da jetzt erst wieder ganz runter und dann... ... alles von vorne machen? Ich schätze schon. Okay. Ah... Gott! Das ist es natürlich wert! Nur für so ein bisschen mehr Leben! Du spielst ja eh nicht irgendwie die ganze Zeit schon zu einfach oder so. Bam! Huah! Huah! Auwe! 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 Ich schlag dich und allen meinen Möglichkeiten. Und du bist... Blau! So. Fahrstuhl! Ist das Fahrstuhl so programmiert, das Gegner spawnen? Oder fährt der Tricks nicht von alleine hoch? Ah! Er fällt von alleine hoch! So, du bist so ein braver Fahrstuhl! ... ganz ein Lieberfahrshow! So habe ich mich gern! So, ich geh die Laserdinger wieder an! Lalalalalala... 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 Boah! Jetzt geht er fast nur Zeitlupe zu! Bam! Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's! So! Was geht hier ab? ... immer noch nichts schweres für mich! Lalalalalala... ... lalalalalala... ... lalalalalala... ... lalalala... ... lalalala... ... lalalala... ... aber ich hab' das so voll Kamikazestell gemacht... ... lalalalalala. Euuuuuhh ich mag euch nisch! Ihr geht mir auf die Nerven! Hey! Der hat mich geschlagen! Werde ich den anderen hier rumschwingen! Das geht nicht! Oh mein Gott, ich rede in Klischees. Wieso tue ich das? Das ist wirklich schrecklich. BAM und stehe. Und BAM und eine aufs voll in die Maul. Und BAM und B. Brutal. B für Brutal. Brutal ist doch immer gut und dafür schleudern wir dieses Vieh auf Atomic. BAM. 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 Nochmal so ne Kamera. Jaaa. Wow, wie schwer. Ähm, oh. Ähm, okay. Achso, falsche Richtung. Hallo. Möchtest du mir was verkaufen? Ich hab ganz viele schöne Punkte. Blaue Kugel kostet 30.000. Na, da kaufen wir uns doch ne Violette. Haben wir sieben Violette Kugeln. Ist doch geil, oh. Hey, da ist der Baum. Müssen wir gegen den Baum kämpfen? Ich will den Stuhl kaputt machen. Ich will den Stuhl kaputt machen. Aaaah, Steppstuhl. Kann ich die Bücher lesen? Nein, kann ich nicht. Wieso? Ich will die Bücher lesen. Okay, ich will die andere Seite anschauen. Ich will die andere Seite vom Baum anschauen. Ich will den Tisch kaputt machen. Jaaa. Die Lampe auch. Alles kaputt. Mama mia, wo bin ich hier? Was ist dieses rote Ding? Und? Oh mein Gott, es ist Kyrie. Was macht sie da oben? Prinzessin Kyrie, ich muss sie retten. Oh nein, Bosa! Ah, da bist du also. Was hast du mit Kyrie gemacht? Sieh doch selbst nach. Aber glaube bloß nicht, dass ich wieder so nett bin wie das letzte Mal. Wenn ich hier dich umbringen muss, um Kyrie zu retten. Dann lasse uns anfangen. Power Rangers, go! Wieso fängst du so nah an? Und wieso Skype-Geräusch? Oh mein Gott, ich... Käfer, man! Käfer, man! Wieso leuchtest du gelb? Du machst mir Angst. Leuchte nicht gelb. Oh mein Gott, hör auf mich in Skype anzuschreiben oder ich werde gleich enragen. Ähm, Schwerter, Schwerter. Okay, Schwerter nicht gut. Äh, äh, was mach ich? Was mach ich? Ich schlack auf ihn ein. Ganz gut. Ja, so hoch und runter. So hoch und... Ich schlack auf ihn ein. So, jetzt dein Schild weg. Schild zu ihm. Hey, ich hab sein Schwert gepackt. Hey, ich kann die pack nicht. Okay, hey, guck mal dein Schwert. Okay, der Käfer... Der Käfer ist es scheißegal, ob ich dein Schwert packe. Das macht mir nicht gleich gefallen. Ja, komm, du kannst dich aufladen. Das bringt dir trotzdem nicht. Ich brauche dich kaputt. Und bam! Und mit ohne die Mundkraft. Aber egal. Oder? Mit oder ohne? Ich weiß nicht. Die reiten auf jeden Fall ein bisschen auf ihn. Schlagen ihn ein bisschen zusammen. Und Hannibal ist online gekommen. Wow! Das ist ja eine schöne Aufnahme. Wirklich, jeder kommt mal online. Oh, ja, hör auf mit deinem Flügel zu schlagen. Ich muss dir einen aufs Maul geben. Ha! Haben die die Mundkraft voll doch an, oder? Weiß ich nicht. Digitiert er oder was passiert? Käfermon digitiert zu... Lebensklaumon. Was? Er klaut mein Leben? Was? Hey, komm! Komm bloß her, du fette Motte! Ich... Was denkst du dir? Einfach mein Leben zu klauen! Wahnsinn! Ich... ich... ich komm dich doch kaputt! Was glaubst du nicht? Deine Kackschwerte können doch eh nichts gegen mich machen. Ich versuche mich anzugreifen, aber du kriegst eh tausend bei mir aufs Maul. Und hoch und runter und rein und raus. Alles hier. Jetzt schießt du auch noch Feuerbälle! Ich glaub's ja nicht! Wo sind wir denn hier? Motte, Mann? Nein! Böser Motte, Mann! Fuck, ich wollt grad ein Schwert auf ihn werfen! Ja, jetzt komm. Komm wieder runter. Komm wieder zum... Tatsache vom Boden. Ja, du hast coole Arme. Ähm, okay. Wir machen doch ein wenig Angst. Ich hoffe, du bekommst nicht noch was ich gerne. So, jetzt kriegt er noch meine... Hier kriegt er noch meine Wrestling-Runde ab. Yeah! Wuuuh! Ein bisschen nach oben werfen und ein bisschen auffangen und noch mal in die Lumpen. Ein bisschen drehen nach unten auf den Boden. Der Tatsache. Ein bisschen reinstechen noch mal. Und noch mal und noch mal. Und ja, haben wir noch nicht genügend. Und jetzt anstürmen und draufkloppen. Nein, 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 nein. Käfermann? Nein! Böser Käfermann! Stirb, stirb, stirb! Wir haben die Monster-Motte besiegt. Wir sind besser als Godzilla. Und ich werde schon wieder angeschrieben. Könnt ihr aufhören? Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich drenn dich auf! Ich drenn dich auf! Ich drenn dich auf! Mehr hasse du nicht drauf! Ich muss dich wohl von deinen Leiden befreien. Das reicht Agnus! Wir reiche die Aktivierung vor! Der Typ ist n Ritter! Ja, mit dem Watt! Bäm! Heizkette meins. Okay, jetzt kann sie wieder gehen. Die kann ich ja wenigstens jetzt endlich zurückgeben und geben und mein Geld zurückbekommen. Bei einer hab ich gar nicht für sie gedacht. Ich hab die für meine Oma gekauft. Du hast tatsächlich die Macht des Sparders übernommen. Heizt euer Hofwürdnis. Pieks, pieks, pieks und alle verprügeln. Für Kairi geh ich ja immer in Enrage. Was? Was? Wieso? Was? Wieso? 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 Ich hab ihnen geschrieben, dass sie sie aufnehmen. Hm... Mysteriös. Fragen über Fragen! Und was macht dieser rote Tantakel neben uns? Fängt er uns gleich an zu vergewaltigen wie in einem japanischen Ort. Wir schlagen den Boden einfach mal kaputt. Ich bin wütend! Ich haue den Boden kaputt! Das löst meine Aggressionen. Bestimmt. Mission geschafft! Hurra! Endlich! Finally! Gut, dann werde ich das Ganze gleich mal rendern und dann hochladen. Lalala, ich rede hier mit den Aufnahmen davon. Und wir haben nur 13 Minuten dafür gebraucht. Mit einer Million Cutscenes und Bosskämpfen. Und Kugel natürlich. Rang S. Jetzt habe ich ja eigentlich mal gecheckt, was Kugel bedeutet. Kugel, die wir eingesammelt haben. Ja. Bam! Kriegen ein paar Punkte. Bam! Bestätigen. Neuer Teil freigeschaltet. Wegen Rang A oder so. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, wir machen Mission 10. 10, glaube ich. Ja, 10. Ich bezeichne die hier mal so. Mission 9 erledigt. Bis zum nächsten Mal. Euer Trombe!